Die Feuerzangenbowle von Heinrich Spörl Eine blutrote, dampfende Flüssigkeit. Männer hocken um sie herum. Der eine, der älteste, hat in eiserner Zange einen dicken, kristallweißen Klumpen und hält ihn über das Gefäß. Der zweite hat eine verstaubte Flasche in der Hand und gießt eine helle Flüssigkeit über den Klumpen. Der dritte setzt ihn in Brand. Eine gespenstische blaue Flamme züngelt hoch. Der weiße Klumpen knistert, fängt an zu schmelzen. Dicke, zähe Tropfen lösen sich und fallen zischend in die rote Flut. Und ein leiser, betäubender Dunst zieht durch den Raum, steigt ins Gehirn. Der vierte rückt die Gläser zurecht. Der fünfte öffnet eine Kiste Brasilzigarren, der sechste rührt das Gebräu. Der siebte, der jüngste, darf einschenken. Geheimrat Fröbel erhebt sich. Wir haben heute Nachmittag unseren lieben, guten Pavian begraben. Bitte lachen Sie nicht, meine Herren. Der Pavian hieß eigentlich Schmitz und war unser alter Lateinlehrer. Er hat uns mit Cäsar und Horatz gefüttert. Wir haben ihm dafür Maikäfer mit in die Klasse gebracht oder die Tafel mit Fett eingerieben. Kennen Sie das nicht? Das ist herrlich. Eine Tafel, die es nicht tut, die sich in schwarzes Schweigen hüllt. Jetzt hat er seine wohlverdiente Ruhe und keine bösen Buben mehr, die ihn quälen. Hoffentlich fehlt es ihm da oben nicht. Auf sein Wohl. Die schweren, dampfenden Gläser klacken aneinander. Der Ventilator surrt, die Kerzen flackern. Rauchwolken ziehen über den Tisch. Auf sein Wohl. Übrigens, was das anbelangt, er war keiner von denen, die hineinspuckten. Das kann ihm keiner nachsagen. Montags war er manchmal etwas müde. Dann schlich er aufs Katheder, ließ uns irgendwas schreiben, nahm den Kopf zwischen die Hände und pennte. Aber wir Schwefelbande hatten dafür kein Verständnis. Eines Tages haben wir uns verschworen und sind roh und herzlos einer nach dem anderen ausgekniffen. Als er wach wurde, saß er vor leeren Bänken. Meine Herren, sie lachen zu früh. Die Sache endete tragisch. Unser Pavian hat sich den Fall zu Herzen genommen, ist ein paar Tage nicht zur Schule gekommen und hat sich das Saufen abgewöhnt. Wir hatten auch so eine komische Kruke, mischt sich der Justizrat ein. Der hatte nie ein Taschentuch und putzte sich seine Brille mit der Zunge ab. Als das einer von uns mal nachmachte, wurde er furchtbar böse und ließ uns einen Aufsatz schreiben über das Thema Quod licet jovi, non licet bovi. Wir hatten einen. Das war ein misstrauisches Luder. Er ließ die Klasse nicht eine Sekunde aus den Augen. Er kam sich vor wie ein Dompteur vor seinen Raubtieren. Sogar wenn er etwas an die Tafel schrieb, behielt er Front zu uns und schrieb mit seitlich ausgestrecktem Arm. Bei dem war nicht viel zu machen. Aber einmal haben wir ihn drangekriegt. Wir hatten uns verabredet und stierten die ganze Stunde unentwegt auf den Klassenschrank. Erst nahm er keine Notiz davon. Er guckte nur von Zeit zu Zeit misstrauisch nach dem Schrank hinüber, konnte aber nichts entdecken. Allmählich wurde er nervös, manövrierte sich unauffällig an den Schrank heran. Es war nichts zu sehen. Schließlich wurde ihm die Sache unheimlich. Vielleicht vermutete er eine Höllenmaschine. Blitzschnell riss er die Schranktür auf. Nichts. Ließ den Schrank ausräumen. Nichts. Und was war mit dem Schrank? fragt harmlos Dr. Pfeifer. Ein dröhnendes Gelächter war die Antwort. Warum sind leere Originale? Die Frage wird aufgeworfen und beantwortet. Erstens sind sie gar keine. Die Fantasie der Jungs und die Übertreibung der Pharma macht sie dazu. Zweitens müssen sie Originale sein. Kein Mensch, kein Vorgesetzter ist so unerbittlich den Augen einer spottlustigen und unbarmherzigen Menge ausgesetzt wie der Magister vor der Klasse. In dem Bestreben, seine Würde zu wahren und sich keine Blöße zu geben, wird er verbogen und verschroben. Oder er stumpft ab und lässt sich gehen. Wie zum Beispiel unser Mathematiker, fügt der alte Etzel ein. Er kam meistens halb angezogen in die Klasse. Einmal ohne Schlips, einmal mit verschiedenen Schuhen, manchmal auch ungenügend zugeknöpft. Wir feixten und hielten das Maul und ihm war's wurscht. Wir hatten einen Gesang. Der hatte den merkwürdigen Ehrgeiz, uns bei jeder Schulfeier mit einem unendlichen Klaviervortrag zu beglücken. Einmal, zu Kaisers Geburtstag, legte er los mit der Pathetik. Die Aula ist muckshäuschenstill. Brr, brr, macht der Flügel. Brr, 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 brr. Es klang keineswegs pathetisch. Ah, da habt ihr ihm eine Kette über die Seiten gelegt. Das geht auch mit Seidenpapier. Wir haben mal... Kennen Sie das? Wenn man Kreide in die Tinte tut, dann schäumt das über und kippt eine grandiose Schweinerei. Wir haben mal einen nassen Schwamm auf den Kathederstuhl gelegt. Unser alter Heimdahl war außer sich über seine nasse Hose. Eine zweite Frage wird aufgeworfen. Warum quält man die Magister? Aus Bosheit? Notwehr? Langeweile? Unverstand? Instinkt? Der alte Etzel hat die Antwort. Weil es Spaß gibt. Es gibt sogar heute noch Spaß, wenn man nur davon erzählt. Und unsere Lehrer haben es mit ihren Lehrern ja genauso gemacht. Jetzt sind sie wieder am Zuge. Jeder hat einen Beitrag, über den er selbst am meisten lacht. Und jeder weiß noch etwas Schöneres und nimmt dem anderen das Wort aus dem Mund. Am liebsten möchten sie alle gleichzeitig erzählen. Sie freuen sich wie die Schulbuben, die würdigen Herren, von denen jeder sein halbes Jahrhundert auf dem Rücken hat. Sie lachen, dass ihnen die Tränen über die Backen kullern und die große Bohle sanfte Wellen schlägt. Rauchschwaden ziehen durch den Raum. Der Ventilator surrt. Die Kerzen flackern. Der Küfer drückt sich im Hintergrund herum und wundert sich. Träumen sie auch schon mal von der Schule? Hoho, das taten sie alle. Besonders die Älteren. Vor kurzem habe ich geträumt. Ich ging mit meinem Jungen zusammen aufs Penal. Aber nur zum Spaß. Ich hatte natürlich keinen Schimmer mehr. Der Bengel musste mir alles vorsagen. Ich hatte aber auch keine Angst. Wenn's brenzlig wurde, brauchte ich nur aufzustehen und zu sagen, was wollt ihr überhaupt? Ich bin nur aus Jux hier. Ich hab doch längst mein Abitur. Ich träume immer nur, ich hätte mein Geschichtsbuch vergessen. Besonders dann, wenn ich abends schwer gegessen habe. Sie, Kümmerling, ich hatte überhaupt nie Bücher. Das Geld war mir zu schade. Das wurde versoffen. Und wenn dann mal, hab ich Ihnen das schon erzählt? Es war der 1. April. Da hat sich einer von uns, bei uns war immer April. Wir hatten ein, wir haben mal. Sie gönnten sich gegenseitig nichts. Sie übertrumpften sich. Dichtung und Wahrheit flossen ineinander. Und die sechs Herren, Väter studierender Söhne und verheirateter Töchter, verjüngten sich zusehends. Längst war der Küfer geflüchtet. Auch der Wirt hatte sich taktvoll verzogen. Jeden Augenblick musste man darauf gefasst sein, dass die entfesselten Herren anfingen, sich mit Papierkugeln zu werfen oder in die Beine zu pieken. Nur einer. Einer sitzt trübselig guckend dabei. Es ist Dr. Hans Pfeiffer, der Benjamin der Gesellschaft. Er hat als junger Schriftsteller bereits einen großen Namen. Der alte Etzel hat seine ersten Bücher finanziert, um die sich heute die Verleger reißen. Seine humoristischen Schriften sind weltberühmt und mit den alten Herren kam er sonst prächtig zurecht. Aber heute kommt er nicht mit. Er versteht nicht, was sie erzählen. Begreift nicht, worüber sie lachen. Er findet das alles ein wenig albern. Denn was ein richtiges Penal ist, das weiß er nur aus Büchern, die es nicht gibt. Er selbst ist nie auf einem Gymnasium gewesen. Zum Abitur wurde er auf dem Gute seines Vaters von einem alten Hauslehrer vorbereitet. Und mit dem konnte man keinen Veds machen, weil er so ein armes Luder war. Hans Pfeiffer ist ganz niedergeschlagen und vollneid. Es muss so etwas Herrliches sein, so ein Penal mit richtigen Magistern, richtigen Klassen und richtigen Kameraden. Mit seinen 24 Jahren kommt er sich gegen die älteren Herrschaften wie ein Greis vor. Und jetzt fangen sie auch noch an, ihn zu bedauern. Hä? Sie haben ja keine Ahnung, Pfeiffer. Im Ernst, Pfeiffer, da haben Sie was versäumt. Das Schönste vom Leben haben Sie nicht mitgekriegt. Weiß Gott, das Schönste vom Leben. Und das können Sie auch nicht mehr nachholen. Prost, Pfeiffer. Das kann er nicht mehr nachholen. Die Feuerzangenbowle fängt an, kalt zu werden. Man redet zu viel und trinkt zu wenig. Pfeiffer schenkt ein. Die Brasilkiste geht rund. Plötzlich schwirrt ein Gedanke durch den Raum. Ein kleiner, dummer Gedanke. Man weiß nicht, wer ihn aufgebracht, von wann in er kommt. Vielleicht aus der Feuerzangenbowle. Es ist auch nur ein Scherz, ein fauler Witz. Aber er ist da, hakt sich in den Köpfen fest und lässt nicht mehr locker. Man lacht darüber, schüttelt den Kopf. Dann spricht man wieder von etwas anderem. Aber immer wieder taucht dieser Gedanke auf und ist nicht mehr umzubringen. Wie wär's, Pfeiffer? Haben Sie Mut? Wozu Mut? Was kann ihm schon passieren? Er kann jeden Tag wieder gehen, wenn's ihm nicht mehr passt. Oder lässt sich hinausschmeißen, wenn er's zu bunt treibt. Sein Abitur hat er ja. Pfeiffer hat Bedenken. Gewiss, es wird ein famoser Jux. Vielleicht auch Stoff zu einem Roman oder Film. Und das Abenteuer reizt ihn gewaltig, ihn, den geheimen Romantiker. Aber, kein Aber. Von allen Seiten stürmen Sie auf ihn ein. Gewiss, Pfeiffer. Ihren Benz können Sie nicht mitnehmen. Auch Ihre Marion nicht. Und ein paar Monate ohne jeglichen Lebenswandel müssen Sie schon überstehen. Sie besprechen bereits die Einzelheiten. Die Technik. Er sieht ja noch ziemlich jung aus. Man kann auch nachhelfen. Die ganze Tafelrunde ist eine Begeisterung. Der Ventilator sucht. Die Kerzen flackern. Rauchschwaden ziehen um die erhitzten Köpfe. In zweiter, vermehrter und verbesserter Auflage steigt die Feuerzangenbohle. Auf ihr Wohl, Pfeiffer! Wann geht's los? Verdammt! Man möchte mitfahren. Mensch! Ermorden könnte ich sie! Wieder klacken die schweren Gläser aneinander. Werden nachgefüllt. Klacken abermals. Und langsam aber sicher tut die Feuerzangenbohle ihre Schuldigkeit. Eine Feuerzangenbohle hat es in sich. Nicht wegen des Katers. Das ist eine Sache für sich. Eine Feuerzangenbohle ist keine Bohle. Sie ist ein Mittelding zwischen Gesöff und Hexerei. Bier sackt in die Beine. Wein legt sich auf die Zunge. Schnaps kriecht ins Gehirn. Eine Feuerzangenbohle aber geht ans Gemüt. Weich und warm hüllt sie die Seelen ein. Nimmt die Erdenschwere hinweg und löst alles auf in Dunst und Nebel. Aber der Gedanke blieb. Die Idee siegte. Und ein Wunschtraum wird zur Tat. Es waren einige Vorbereitungen zu treffen. Zunächst zum Friseur. Schnurrwein abnehmen. Haare schneiden. Hinten kurz. Vorne zwei Zentimeter. Äh, wie bitte? Dann zum Konfektionshaus. Zwei Anzüge von der Stange. Jünglingsmodell. Außerdem Hosenärmel kürzen. Äh, wie bitte? Dann zum Optiker. Die Schildpadbrille wird durch ein trauriges Nickelgestell ersetzt. Nun die Papiere, Geburtsschein, Taufschein, Impfschein und telegrafisch die Schulbücher. Er hat vom Abitur noch viel behalten. Die Aufnahmeprüfung für Prima wird er schon schaffen. Dann gepackt. Jeglicher Luxus wird verworfen. Ade, ihr Hemden aus Schantungseide. Ade, ihr englischen Socken, Lavendelsalz und Importen. Ade, Berlin, WW mit Smoking, Frack und Pumps. Ade, Papierkorb, Majolikaschalen und ihr anderen kunstgewerblichen Gebilde. Und Ade, Marion. Das Schwerste hatte er sich für zuletzt aufgespart. Marion war seine richtige Braut. Wenn man vier Jahre älter ist als der berühmte und preisgekrönte Bräutigam und wenn man an den Vereinigten Werkstätten für vaterländische Heimkunst arbeitet, dann ist man schon eine richtige Braut, eine seriöse Braut. Schon einmal hatte sie ihm eine Reise verpatzt, damals, als sie sein Verlag an den Nil schickte und sie durchaus mitfahren wollte. Ob sie jetzt auch? Als er daran dachte, ließ er das Auto kehrt machen. Lieber telefonieren. Das war ungefährlicher. Ach, Hans, bist du da? Wie er ihre ernste Stimme hörte, war es mit ihm vorbei. Ja, äh, nein, ich bin es nicht, hing ein. Nicht einmal telefonisch reichte sein Mut. Lieber schreiben. Er fing an, warf den Bogen weg, fing von neuem an, warf ihn wieder weg. Als das Briefpapier zu Ende war, entschloss er sich, auf jeglichen Abschied zu verzichten. Das mit seiner Braut würde der alte Ätzel schon in Ordnung bringen. Endlich saß er im Zug. Nun konnte nichts mehr passieren. Im beschleunigten Personenzug nach Babenberg. Bällebäm, 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 bäm. Da steht nun Hans Pfeiffer auf dem weiten Schulhof und hört zum ersten Mal den blechernden Ton des Armsünderglöckchens, das bis auf weiteres den Rhythmus seines Lebens bestimmen wird. Seine Oberlippe ist rasiert, auf dem blassen Gesicht sitzt kalt und fremd die Nickelbrille. Der Jünglingsanzug ist zu engen Brust und Schultern und kneift unter den Armen. Hinten, über dem niedrigen Rockkragen, lugt das Kragenknöpfchen hervor und aus den gekürzten Ärmeln stehen überlebensgroß die Handgelenke. Er sieht richtig drausgewachsen aus. Nur die funkelnagelneue Penela-Mütze ist etwas zu groß und sitzt ungemütlich und steif wie die Dienstmütze eines Stationsvorstehers auf dem bürstenförmig gestutzten Haar. Hans Pfeiffer steht einsam herum und ist sichtlich enttäuscht. Das hatte er sich aber ganz anders vorgestellt. Gewiss war er hier nicht mehr Berlins gefeierter Schriftsteller, immerhin aber war er doch der neue Schüler und für das Babenberger Gymnasium die große Sensation, bildete er sich ein. Jetzt mussten doch alle im dichten Kreise um ihn herumstehen, ihn begaffen, bestaunen, ausfragen. Er hatte sich sorgfältig zurechtgedacht, was er ihnen alles erzählen würde, aber leider fragt ihn niemand, leider beachtet ihn niemand. Sie tun so, als wäre er gar nicht da. Das hatte er sich wirklich ganz anders vorgestellt. Inzwischen haben die kleineren Jungen ihre Balgereien unterbrochen und wimmeln kolonnenweise in die Türen. Die Großen schlenkern gemächlich hinterdrein. Nur die Lehrer gehen auf und ab. Für sie gilt erst das zweite Glockenzeichen. Ob es nicht doch besser wäre, noch rechtzeitig umzukehren und auf die Folgen der Feuerzangenbowle zu verzichten, aber der Strom nimmt ihn auf und ehe er es weiß, ist er schon im Klassenzimmer. Zum ersten Male sieht er einen solchen Raum von innen. Da sind die drei großen, sachlichen Fenster, in der unteren Hälfte mit Milchglas bedeckt, damit niemand hinausschaut oder hereinblickt. Da sind die Schulbänke in zwei Reihen aufmarschiert, in der Mitte einen Gang lassend. In respektvollem Abstand davor ragt das hohe, engbrüstige Katheder, darüber der alte Fritz in Gips. In der einen Ecke der Ofen mit einem schiefen Rohr und einem mächtigen Kohlenbecken, davor die große Schultafel, auf der noch Stücke der letzten Algebrastunde vor den Ferien stehen. In der anderen Ecke der große, eintürige Klassenschrank und unter dem ersten Fenster die Papierkiste. Ringsherum kahle Wände in grüngrauer Ölfarbe. Verziert euch ein Thermometer und einige Tintenspritzer. Alles etwas Verbrauch.